Ich glaube, ich spinne. Schon gegessen. Ma cool, ein Zahlenstrahl. Ich schau mal, wie weit der geht. Ich glaube, ich spinne. Das sind ja alle Abstände gleich. Das heißt sicher Einheitsabstand. Das heißt, ich sitze jetzt am Anfang vom Zahlenstrahl. Hinter mir gibt es keinen Vorgänger. Aber jede Zahl hat einen Nachfolger. Auf die 0 folgt die 1. Jetzt hat die 1 einen Vorgänger, nämlich die 0, und einen Nachfolger, nämlich die 2. Jetzt hat die 2 einen Vorgänger, den 1, und der Nachfolger, den 3er. Und das kann man jetzt beliebig oft weitermachen. 1. 1. 2. 3. 6. 3. 4. 5. 5. 6.